danke dir also was meinte er versteckt sich dann nicht aber sobald ist da in die nähe kommt ich muss es nicht mal aufheben sondern nur in die nähe kommen dann bin ich weg so einfach rein jetzt haben wir es da ist der gesichtslose will ich auch rein hier fehlt was Wo ist er denn? Da hinten ist er Die Frage ist Bleibt er da jetzt stehen? Ist das zweite Auge hier drin? Nein, aber komm, ich geb dir das schon mal Ich hab nur eins Chill mal deine Augenklappe Ich hol dir dein zweites Was macht das nicht ab? Mach das nicht auf Und er steht hier Um die Ecke Ich schütte da hinten Oh, jetzt ist er weg Oh, jetzt ist er weg Oh, jetzt ist er da habt ihr das gesehen was ging da drin für eine party ab da drin ging voll die party es wird auch irgendwie da rein das hier schwebende die dürfen mich bestimmt nicht anleuchten oder dürfen mich bestimmt nicht anleuchten hier schreibt nichts da ist auch noch einer der leuchtet der leuchtet warte mal jetzt leuchtet er da auf die wand wo euch wird angeleuchtet auge wir haben auge das ding jetzt das auge das auge nicht jetzt hier entlang oma ich komm mit auge zwei augen ich hab keine ahnung ergibt es dir nicht ergibt dir das auge nicht er gibt dir das auge nicht er gibt dir einfach das fucking auge nicht ne gib mir doch das auge gib mir doch das auge oh nein gib mir doch das auge gib der oma das auge gib das auge gib das auge warum schwebt das hier danke gut siehst du aus so ein mist es könnte noch ein paar updates vertragen das game obwohl es schon so alt ist ich frage ich schon geht die tür nicht auf oder nehmt er einfach wieder meine mausklicks nicht ich vertraue dem spiel jetzt nicht mehr ich vertraue der steuerung im game einfach nicht mehr Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich renne dem halt voll in die Arme, ne? Ich renne dem voll in die Arme. Boah, Junge. Ja, ich bin wach. Definitiv. Guck mal, da ist das OBS-Zeichen hier oben. Hier wird die Software OBS gemacht. Das ist jetzt aber auch ausgeflogen. Die Lampe. Aber hier hört man was rein, oder? Das heißt, ich muss aber dann gerade ausrennen, oder was? Ich renne jetzt einfach. Okay. Schmetterling. Mir gefällt das so sehr, dieses japanische, so was. Es ist so ein geiler Stil. Das gefällt mir übelst gut. Auch mit den Lampen und so. Ich finde das so gigantisch. So hell. Hallo, ich bin ein Kellerkind. Ich darf nicht so hell sein. Was? Hell? Was? Wir gehen zum See. Zum japanischen See. Zum japanischen See. Otto Hades. Das heißt, wir gehen jetzt zum König der Unterwelt. Also sprich in die Hülle. Sind wir ein Mörder? Und gehen jetzt diesen langen Weg in die Hülle? Okay, wir kommen jetzt hier, ihr wisst ja, mit dem Boot geht man ja oft auf die andere Seite. Wow. Run away and find the temple. Also wir müssen vorhin wegrennen und den Tempel finden, alles klar. Feiern seinen Content vom Bruder. Da hinten ist er, guck. Da hinten steht er. Wir suchen einen Tempel, ne? Da sind Lampen. Ich weiß nicht, sollen wir den Lampen folgen. wahrscheinlich nicht. Weil er steht ja bei den Lampen. Da hinten ist hell. Guck da hinten ist was. Da hinten ist was. Da leuchtet was. Oh scheiße Baum. Ja hier schon mal ein Grabstein. Nein. Was zur Hölle. Wir sind gar nicht so schlecht gelaufen. Servus Stippo. Aber irgendwie haben wir ihn nicht gesehen. Das heißt wir müssen richtig gucken wo sie rumstehen. Da hinten steht einer. Guck. Da hinten läuft auch einer. Und da ist einer. Da läuft auch einer. Guck. Ist halt echt schwierig die zu sehen. Da ist auch einer. Und da vorne steht auch einer. Da ist auch einer. Ja alter. Ist halt echt schwer zu erkennen wenn es so dunkel ist. Da leuchtet was. Da steht auch einer. Wie ist das der Tempel hier. Nicht irgend so ein kleines. Keine Ahnung. So ein Scheißhaus oder so. Das sieht aber nicht schlecht aus. Gell. Das sieht nach Tempel aus. Sehr geil. Oh ja sehr gut. Tempel. hier nach oben drauf. Das sieht aus. Das sieht aus. Oh ja jetzt mal. Wie kommt das? Éhm. Das dann. Das sieht aus. Oh! Ich bin aus dem Abspann rausgebackt. Ich bin aus dem Abspann rausgebackt! Ich bin aus dem Abspann rausgebackt! Weil man kann den Abspann nicht überspringen. Und das kann oft sein, also wenn man den Abspann nicht überspringen kann, kann sein, dass oft noch was kommt. Blurz, blurz, blurz. Better bloom and die. Das ist so cool hier. Lulling in the dark. Aber das Spiel war jetzt echt nicht möglich. Oder wer hat es gefeiert? Was? Ja. Sehr schöne Musik. Jetzt wollte ich Shazam anmachen, aber ich habe kurz gemacht. So schön für das Fitnessstudio so Musik. Das war auf jeden Fall wirklich der Weg zur Hölle.